Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers Co-Op mit meinem Frau und mich. Hi. Will, was ist denn das? Meine Frau ist jetzt schon gespawnt, bevor ich was gesagt habe. Das finde ich toll. Sorry. Die wartet jetzt. Hintergrund. Ich habe ja gesagt, wir nehmen wieder auf. Also habe ich probiert, unsere Map zu starten und die läuft nicht mehr. Die crasht die ganze Zeit. Ich vermute, da ist irgendein Mod kaputt. Jetzt habe ich aber gesagt, wir richten das nicht. Da vermutlich im Laufe dieser Woche, also wo wir jetzt aufnehmen, noch das Contact Update kommt. Deswegen haben wir ein neues Sternensystem erstellt mit Vanillaplaneten und ein paar Mods und ein bisschen KI. Allerdings ist es doch gut ein halbes Jahr jetzt her, dass meine Frau Space Engineers gespielt hat und sie hat keine Ahnung mehr. Also genauer gesagt habe ich zuletzt laut Steam im März Space Engineers gespielt. Im März. Ja. Wir haben Oktober. Das sind sogar sieben Monate. Deswegen habe ich jetzt gesagt, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Ich starte auf einem mir mittlerweile bekannten, nein, ich korrigiere, in einem mir bekannten Planeten. Meine Frau startet irgendwo im All. Ja, irgendwo irgendwo. Was? Das wird sie dann erklären. Also ihr im Video könnt sie jetzt hier kurz angucken. Und ja, und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwann treffen. Das Ding ist, wir dürfen uns gegenseitig keine GPS-Punkte schicken, weil sonst wäre es ja langweilig. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ich bin im Dunkeln. Glückwunsch. Was machst du eigentlich hier? Wer ist das? Ich? Ja, du. Ich bin 1 Ich. 1 Ich. Hat 1 Ich auch einen Namen? Ja, hat er. 1 Nova. Ah, hallo Nova. Hallo. Ja, du auch hier. Nova ist auch da. Nova war schon hier und ist bei mir tot umgefallen. Zweimal. Zweimal. Hat Vorteile, da liegt jetzt Werkzeug rum, das kann ich looten. Ja. Das war so nicht geplant. Ich habe eine Netbay und ich habe einen Kryopod. Äh. Und Stahlblöcke. Beelick. Ja. Äh. So. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich hier das natürliche. Was haben wir? Do. Werkzeug. Ja, wir haben Werkzeug. Wenn der mich auch an das Terminal hinlassen würde, dann könnte ich auch... Okay, ich habe hier eine Höhle. Das ist... Das ist gut. Okay, wir haben eine kaputte Batterie. Wir haben eine richtige Batterie. Wir haben zwei Betten. Wir haben ein bisschen Licht. Merge Blocks. Mining Drills. Ein bisschen Sauerstoff haben wir auch. Point Defense Turrets. Pressure, Pressure off. Aber auf Lichter. Äh. Ähm. Was? Wir haben nicht viel Strom. Wir haben kaputte Wasserstofftriebwerke. Ja. Wir haben eine Antenne, die nennt sich Mayday. Wir haben kaputte Erzdetektoren. Wir haben einen Textbettel. Und einen Survival Kit. Ja. Okay, dann habt ihr was. Ich habe aus meinem Kryopod und ein paar Stahlplatten ein Survival Kit gebaut. Besitzer Jan van Pommes, in Klammern, Tod. Ja. 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 Okay. Ähm. Was ist das Rote da? Welches Rote? Der rote Marker. Dieses Space Pirate Mayday. Ja. Nein, nicht das. Äh. Das Space Pirate Mining Transport. Ja. Kommt näher. Ja. Ja. Kommt näher. Ist richtig. Ähm. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt vor dem erstmal Angst haben sollten. Was sagt denn eigentlich dieses komische Text-Panel? Oh nö. Was? Oh nö. Was? Er hat unser Schiff kaputt gemacht. Ihr habt ein Schiff? Ja, ein kaputtes Schiff. Ich habe einen Stahlblock in der Höhle. Wir haben keine... Also wir sind in Space, weil null Gravitation Planeta. Ja. Äh. Ich bin offensichtlich auf Pertum, weil ich habe 1,2 G. Das Ding ist, ich habe keinen Tropfen Wasserstoff und ich bin unter der Erde. Ähm. Ich habe einen WTTS Transport, 3,65 Kilometer, aber der ist genauso tief wie ich. Jetzt. Oder auch nicht. Ich habe ein Announce Signal, das ist diagonal über mir ein Kilometer. Das ist ein Asteroid, der merkwürdig beleuchtet ist, oder? Naja, naja, gut. Keine Ahnung, ich bin noch nicht mal rausgekommen. Ähm. Ich bin gerade am... Ich bin doch durch die Tür. Ne, ich lieg im Bett. Ja, sehe ich. Äh. Automated Lock Recording enabled. Last Crew Lock. Both engines broke down again. Daniel is looking for tools to get at work. Again? This is going to have a very long lunch break. Again. Okay. Wir haben genau nichts auf diesem Schiff. Nicht. Ja doch, ein Survival Kit. Ja, aber ich meine jetzt so... Und jede Menge Komponenten. Ja. Naja, weiß nicht. Wasserstoff? Triebwerke? Ja, aber nicht genug Triebwerke. Vor allem, wenn ich das richtig sehe, nicht in jede Richtung eins. Ein funktionierendes. Ähm. Musst du hier lüften? Moment. Äh. Ja. Nein, muss ich nicht. Ich, äh... Warum tust du es dann? Weil ich es kann. Kannst du wenigstens putzen nebenher? Nein. Warum nicht? Ich bin ein Mann. Ich kann das nicht. Genau deswegen. Ich gehe mal da drüben ein Zeug holen. Okay, ich sehe, das wird funny mit euch zwei. Klar. Hast du irgendwas anderes erwartet? Nein, eigentlich nicht. Guck mal her. Das kleine Cargo-Container. Das ist so schön. Komm mal her. Komm mal her. Also, durch das, dass die zwei die ganze Zeit reden, kann ich nichts von mir geben. Als ob man von dir was erzählen soll. Wir haben hier ein Stufe 3 Schweißgerät und Stufe 3 Flex. Oh, toll. Und 46 Herstellungskomponenten und vier Motoren. Habe ich mal kurz ins Inventar geschnappt. Ich würde die Sachen hier kurz runterflexen. Ist das okay für dich? Ja, mach das. Also alles, was nicht am Schiff dran ist, können wir erstmal zerlegen. Ähm, ich guck mal, wo wir einen Cargo-Zugang haben. Äh, Cargo. Ich habe... Äh, sind jede Menge Container drin. Okay. Okay. Ah, das war ein Wasserstoffmotor. Der hat noch zehn Stahlplatten. Ja. Okay, ich hab zumindest mal neun Stunden Strom. Ähm, wie nah kommt dieser Mining-Transporter noch? Ähm, wenn der auf 800 Meter rankommt, kriegen wir ein Problem. Okay, dann haben wir ja noch Zeit. Ja. Hier hat's ein Solarpanel. Hatte. Ich mach mal nieder, oder? Ja. Das ist sowieso alles, äh, kaputt. Also, ja. Ja, alles so wie immer. Ja. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir das Schiff irgendwie flugfähig kriegen. Du nennst den Schotthaufen das Schiff. Es ist das Dichteste an einem Schiff, was wir haben. Ey, das war hier ein Gravitationsgenerator. Äh, ja. Äh, war da noch viel drin? Ja. An Komponenten? Okay. Ja. Äh. Oh, Mann. Ich brauch meine Tool mal wieder. Kann ich mir euer schnelles Schweißgerät leihen? Nein. Müsste ich vorbeibringen, muss das lange warten. Sorry. Wo seid ihr eigentlich? Am Haus der Welt. Ja. Also, genauer gesagt, mitten ins Space. Ja. Äh, 2,4 Kilometer von einem, äh, Space Pirate Mining Transport. Planeten. Ähm. Vermutlich keine? Ja. Doch, sehen wir. Ähm. Seht ihr Pertum? Wenn du auf dem Schiff stehst, nach... Ja. Oh. Sehen wir. Also, wenn das Pertum ist. Oh, toll. Aber, nee, das, das... Nein, das ist... Vermutlich nicht. Das ist der Mars. Das ist der Mars. Das ist doch scheiße. Wo ist Pertum? Äh, das ist Triton Mars. Alien... Wo hat's den Cargo-Zugang? Äh, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Oder kann ich über das Survival-Kit auf Cargo? Normalerweise müsstest du über das Survival-Kit drauf zugreifen können. Ja, normalerweise. Du weißt nicht, was für ein Schrotthaufen das ist. Ja, eben. Ähm. Ja, also, äh, ich sehe die Erde nicht. Ich sehe Pertum nicht. Ja. Äh, willst du dir das Schweiß- und das Flexgerät holen? Äh, nö. Das kannst du auch du verwenden. Sicher? Ja. Du hast keine Ahnung, wie oft ich verrecke. Also, solange du es rechtzeitig einsammelst, ist alles in Ordnung. Da hast du Hoffnung. Ja. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Du bist schließlich nicht Jan. Danke. Ich bin mit ihm verheiratet. Da hast du echt Hoffnung, dass es besser ist. Ja. Du bist schließlich seine bessere Hälfte. Also, ich weiß nicht. Du hast besser zu sein. Während ihr hier vor euch hinjabbt. Ich habe eine Basic Refinery gebaut. Toll. Farsch. Und das interessiert uns, weil? Euch nicht. Aber die Zuschauer vielleicht. Ich wollte schon sagen... Die sehen das, was du machst. Die hören nur, was wir fabrizieren. Ja. Sie können einen Sonja Nova Podcast hören. Ja. Während sie mir zugucken, wie ich versuche zu überleben. So heißt die Folge dann übrigens nicht, weil YouTube ist sonst dämlich. Ja. Äh, ich würde mal das Mining-Schiff hier niederflexen. Mining-Schiff? Du meinst, äh... Ja, ja, ja. Das ist ein kaputte Ding hier. Ja, das ist der kaputte Bohrarm. Das, äh, ja. Stimmt, das war ja ein Mining-Schiff. Ja. Ich habe mit diesem Schiff auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal ums Überleben gekämpft. Und, äh, bitterlich verloren. Ich habe also keine guten Aufkungen. Ja. Ja, vor allem ist der voll. Wollte ich gerade sagen. Ja, dann verhalten wir noch. Ja. Wir haben auch Improvised Experimentation, also... Was? Nova weiß. Wir können Blöcke bewegen. Stahlpersonensteg. Der ist kaputt. Ja. Alles bis auf den, äh, auf den Sauerstofftank können wir erstmal wegmachen. An dem... Ja, ich lasse dich mal machen. Ja, ja, alles gut. Gut. Ja, ist vielleicht gesünder für dich. Und mich. Hm. Äh. Gesünder für dich und mich. Oh, ne, Jan von Pommes. Ja, offenbar gehört dem der ganze Scheiß hier. Ja, ja. Nerv. Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, ich kann das nicht mal zu einem mobilen Grid umwandeln. Was? Ja, ich kann nicht, äh, die Kontrolle darüber übernehmen. Ich muss sämtliche funktionsfähigen Blöcke anflexen. Oh, warte. Um dann die Kontrolle zu übernehmen. Ähm, wie heißt das Ding? Encounter Mining Vessel, gell? Ähm, ja. Jetzt soll das dir gehören. Jetzt soll das mir gehören, sagst du. Dann prüfen wir mal diese Aussage. Äh, nö. Ich hab's aber dir übertragen. Ja, das funktioniert aber nicht immer. Was? Ja, Langeweile und so. Naja, wir haben ja nichts besseres zu tun. Äh, Moment. Oh, jetzt ist es Nobody. Oder? Nee. Sah nur so aus. Äh, soll ich in der Zwischenzeit einfach mal anfangen, von Hand zu bohren? Ähm. Ein bisschen Stein und so? Ja, ja. Stein wäre nicht verkehrt, tatsächlich. Ein interner Geschützturm ohne Munition. Yay. Warum ist das Damn Survival Kit so scheiß langsam? Beschwer dich nicht, du musst kein ganzes Grid übernehmen. Müsstest du auch nicht. Ja, doch, muss ich. Nein, wenn Keen ihr Zeug richtig entwickeln würde, müsstest du's nicht. Ach. Weil ich hab dich als Autor angegeben. Ja. Hast du's geschrieben? Ja. Ich hab jede einzelne, jedes einzelne Bit für dieses, äh, Ding gesetzt. Nein, geschrieben. Von Hand. Mit, mit Füllfeder und Dings. Ja, das auch. Jetzt stelle ich mir vor, wie ein Nova in einem schwächlich beleuchteten Raum hockt. Mit einer Tasse T und einem Füllfederhalter und Pergament. Und schreibt einzelne Bits aus. Ähm. Jan. Ja? Ist auf die Tasse T, den Füllfederhalter und das Pergament? Äh, ja. Tue ich das gerade. Ich sitze in einem schwächlich beleuchteten Raum. So, bist du jetzt fertig? All components were successfully withdrawn. Ah, so was tust du. The German is happy. Hier gebildet. Soll ich mal das Survival-Kit anhauen, dass es vielleicht ein paar Barren produziert? Ja, klingt nach dem Plan. Okay. Refinery, Assembler. Es geht vorwärts. Ach, die nette Dame haben wir auch wieder. Ja. Die ist immer kostenlos dabei. Ach, verdammt. Ähm, Jan. Ja? Ähm, das, was du gerade gemacht hast, dass du mir das Grid überschrieben hast, ne? Jeder einzelne Block ist ja zwar bei mir gebaut, aber mir gehören sie nicht. Was? Ja. Dann nimm, äh, sag mal kurz Admin und übertrag's auf dich. Das hätte eigentlich funktionieren sollen. Aber SE macht wieder Dinge. Aber, dann geben wir dem Ganzen mal einen schönen Namen. Ich hab das dumme Gefühl. Ich wollte jetzt gerade sagen, komm, jetzt bin ich cool, baue ein Mining-Schiff und grab mich nach oben. Hahaha. Mit welchem Kobalt? Ja, ich wollte gerade sagen, also, bis auf die Triebwerke kannst du fast alles bauen. Und ich sag mal, doch, ich könnte auch die Triebwerke bauen. In der Mad Bay sind 60 Metallgitter drin. Oh, okay. Und da geht's auch raus? Ja. Hm. Wenn die Tür denn tun würde. Jetzt tut's er. Tut der Tür? Ja. So. Okay, aber ich hab hier unten auf jeden Fall mal ein paar Stahlplatten. Das ist ja grundsätzlich mal schlecht. Echt? Wie oft laufe ich jetzt eigentlich noch zur Mad Bay, ohne Energie aufzuladen, obwohl ich eigentlich hierher laufe, um Energie aufzuladen? So oft wie nötig. Also heute. Sag mal, habt ihr eine Sauerstoffanzeige auf dem Hut? Äh. Ja. Okay. Bei mir ist Cold. Äh, ach so. Ja, bei uns ist O2, Mann. Nee, nee. Wie es ja sein sollte. Also, bei mir steht O2 gar nicht. Ja. Okay. Hä? Und ich verbrauche auch... Dann hast du dich wieder angestellt. Ich verbrauche auch keinen Sauerstoff. Du hast irgendwas kaputt gemacht. Ja, natürlich hat er was kaputt gemacht. Die Frage ist, wie tief bin ich im Planeten? Was macht das mit dem Sauerstoff? Ähm. Auch möglich. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall tut das Dinge mit dem Sauerstoff. Offensichtlich. So. Ähm. Ja, bitte. So, das Grit gehört immer noch Jan von Pommes. Egal. Oh, wie ist das schön. Ja, Inventar voll. Gut. Glückwunsch. Muss ich jetzt echt... Ja. Von Hand da hoch bohren? Ja. Ja. Die Frage ist... Selber schuld. Wie weit? Bis du an der Oberfläche rauskommst. Ich sehe schon, wir verstehen uns richtig gut. Das heißt, ich kann meinen Zuschauern nichts zeigen, außer Gestein. Ja. Also doch Podcast. Sorry, Leute. Ja. Zumindest die erste Folge. Ja, vielleicht blinde ich auch irgendwas Cooles ein, solange. Ja. Äh, nee. Da fliege ich jetzt nicht rüber. Das ist ein bisschen weit. Ah. Ach, ich dachte, mir hättest du da einen kleinen Gesteinspetzen rüber geschoben. Äh, das ist ein anderer Asteroid, der da hinten ist. Sah nicht so aus im ersten Moment. Das könnte ein bisschen weit sein, ja. Ist so im ersten Moment, wenn der nicht größer wird und du fliegst und fliegst. Mhm. Bist du hier ungeschickt? Ähm. Du brauchst übrigens nicht mehr vor den Hand bohren, wenn wir das Ding gleich zu einem mobilen Grid machen. Also zu einem richtigen Schiff. Aber dafür will ich erst gucken, dass alle Triebnerke funktionieren könnten. Starkes, unbekanntes Signal. 40 Kilometer. Ja, 40 Kilometer von uns. 4.846,5. Ach, du Scheiße. Ähm. Und du hast wirklich Hoffnung, das wird dich irgendwann mal finden. Moment. Ne, ich kann euch sagen... 4.000. 4.846. Also knapp 5.000 Kilometer. Dann müsstest du irgendwo... Ich sehe übrigens die Erde. Ja. Äh, Moment. Aber da bringt uns nicht viel. Ja. Aber seit wann hat der Mars einen Mond, der nur noch einen kleinen Mond hat? Das ist nicht alles Vanilla, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ja, stimmt. Da war irgendwas. Ich kümmere mich erst mal um wichtige Aufgaben. Ja, bitte. Jan retten ist irgendwo Priorität 10 oder so. Überleben ist Priorität 1 erstmal. Ja, genau. Ich mach mir erstmal in Stufe 1 Bohrer, dass es ein bisschen schneller geht. Ähm. Also, ich hab mir jetzt... Prost war... Ich hab mir hier unten in meinem... 1, 2, 3... In meinem Luch... Äh... In meinem Luch... ...habe ich mir jetzt ein GPS gemacht, um mal zu gucken... ...wieweit ich da jetzt schon oben drüber bin. Ja. Was? Du kannst GPS-Marker machen? Ja, machen schon. Nur nicht euch schicken. Nee, ich mein dran denken, das zu tun. Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Nur weil du hast nichts zu schießen, ne? Ich schieße nicht auf Frauen, die mir wohlgesonnen sind. Ich schieße nur auf dich. Danke. Hat dich auch ganz gern lieb. Ja, merk ich schon. Ich muss... Also, bis ihr hier seid, hab ich meine Luftverteidigung stehen. Also, eigentlich war mein Gedanke ja dahinter. Du hast tatsächlich einen Marker gemacht, wo dein Survival-Kit steht. Ja. Oh, ähm... Wer bist du und was hast du mit meinem Mann gemacht? Ja. Ähm... Ich hab die letzten Tage recht viel mit Nova-Dinge getan und... Ja, okay, das färbt ab. Ich verstehe. Ziemlich dumme Dinge. Ziemlich dumme Dinge, aber... Ja. Ladet keine falschen Projektionen auf Rover. Ja. Also, auch an die Zuschauer. Nicht auf dem lokal gehosteten... Äh... Genau. Einfach nicht machen. Ja. Ja. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Wie weit war der Rover weg? Kilometer von der Base anschließend nur noch oder so? Also, ja, er hat sich ein paar Meter bewegt. Und ja, das war ein Projektor, der das verursacht hat. Ja. Okay, ich hab eine saudumme Befürchtung. Ich bin jetzt 185 Meter über meinem Loch. Ja. Das Gestein ändert sich nicht. Ja, also hast du noch mindestens 10 Meter Gestein vor dir, bevor du Sand findest. Betonung liegt auf mindestens. Ich würde ja so lachen, wenn ich in einem Bulk bin und einfach hätte gerade ausbuddeln müssen, dass ich aus einer Klippe rausgucke. Ja, zuzutrauen wär's dir, dass du dieses Glück hast. Ich könnte das jetzt schießen mit meiner Third-Person-Kamera, aber... Ja, nein. Nein. Das wäre langweilig. Genau. Deswegen baue ich jetzt auch keinen Miner, weil... Den kann ich dann... Das kann ich dann bauen, wenn ich... Oh. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Loch, aber nein, das war nur ein Wuchselfehler. Haben wir noch... Nein. Ja, ich merke das schon. Wir haben nicht mehr. Ich weiß zwar nicht was, aber nein. Ja, ich... Die Aussage war schon ganz richtig, tatsächlich. Nein, wir haben nicht. Ähm... Oh, da ist ein Mining... Ähm... Ja. Ähm... Da war gerade ein Mayday, 27 Kilometer weit weg. Ja. Seit wann spawnen die so weit weg von Spielern? Ich dachte, die sind immer... Ich dachte, die sind immer maximal so 15 Kilometer weg und... Nein. Ja, dadurch, dass man sie nicht sieht, entfernt man sich halt. Mit dem Signals-Update wurde da, glaube ich, was gemacht. Naja, das mag sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht... Nicht genug aufgepasst, offensichtlich. Ja, ich mag es. Ja. Wo kriege ich jetzt noch große Stahlrohre her, verdammte Hacke? Äh... Keine Ahnung. Nicht von mir. So. Ähm... Sand! Sand! Bäh! Sand! Ich will auch Sand! Skizze zwischen den Zähnen. Ich habe Sand. Ja, das ist richtig, aber... Weißt du, was Sand heißt? Festen Boden unter den Füßen. Äh... Ja, nee, eben nicht. Weißt du, was Sand auch heißt? Besonders dieser Sand. Ha? Pörtem Wüste. Ha, ha, ha. Entschuldigung. Am Haus. Upsi. Ähm... Du, ich bin hier gerade mal mit dem Bohr ein bisschen durch die Gegend ge... Ja. ...gechattet. Ja. Zeigt nichts an. Ist ja ekelhaft. Nix. Ja, dann... Sternnimmel! Ah! Lass den Helm... Dabei hat es hier so viele Sterne. Ah, Sternenhimmel. Ähm... Ich... Aber dann müssen wir das Schiff... Also, diesen Haufen, der mal ein Schiff werden könnte, äh, besser flugfähig kriegen. Ja. Also, ich bin... Also, mein Survival-Kit ist 495 Meter unter der Oberfläche. Mein Mann, könntest du mal die Klappe halten, wenn ich mit Nova rede? Nein. Ja. Wir haben wichtige Gespräche zu führen. Meine Zuschauer unterhalten ist wichtiger. Ja, das tun wir doch. Nein. Doch, doch. Das ist mein Job. Ja, offensichtlich nicht. Ja, ein Job, den du ganz schön schlecht machst. Danke. Bitte. Gerne. Scheinbar. Wo sind wir hier denn ausgesetzt worden? Was soll denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, es hätte mal genügend Gestein. Ja. Ich weiß, nicht hilfreich. Ja, doch. Damit können wir zumindest unser grundsätzliches Überleben sichern. Zumindest hat es in der Nähe relativ viele Asteroiden. So. Kann ich... Oh. Was? Hm. Wie kann ja hier ein Blöden-Wasser-Kanal anlocken. 9 Kilometern. Äh, da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Manche sind schwer bewaffnet. Und andere können Drohnen spawnen. Ach so, Assis. Ja. Die behaupten, sie bräuchten und dann doch nicht. Ja, ja. Oh. Ähm. Inventory? Du bist lose. Toll. Okay. Aber ich mag tickende Heimerblöcke nicht. Tickende Zeitbomben? Ja, das auch. Tickende Zeitbomben. Oh Gott, klingt das schrecklich. Warte. Zeitbomben? Bang. Nein, sag sowas nicht. Jan, auf welchem Planeten warst du? Wie sind deine Koordinaten? Ich darf dir keinen GPS-Punkt schicken. Tut mir leid. Ja, du darfst mir keinen GPS-Punkt schicken, aber du kannst mir deine Koordinaten sagen. Dann kann ich dir ein Geschenk vorbeischicken. Ich habe ein unbekanntes Signal in drei Kilometern. Ja, holen. Ich habe ein unbekanntes Signal in 4846 Kilometern. Warte, ich brauche ein GPS. Ja. Jan wäre das jetzt nicht gelungen. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Seht ihr, wie nett die zwei zu mir sind? Ich habe gar nichts gesagt. Jan, nur deswegen holst du mich doch immer dazu, weil ich so tierisch nett zu dir bin. Nein, eigentlich, weil ich die Arbeit abdrücken kann. Das Blöde ist, das backfired meistens ziemlich böse. Offensichtlich. Weil ich der bin, der arbeiten darf. Ja. Äh, Nova, hast du mal in die Fraktion geguckt, was es denn hier eigentlich alles so hat? Äh, nein, bis jetzt noch nicht. Willst du mal gucken? Ja, und wenn ich das sehe, dann ähm... Guck mal bitte. Wird mir ein bisschen schlecht. Bist du? Ich sehe da so tolle, viele Dinge und nur drei unbekannte Fraktionen. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Ich sehe da zum Beispiel eine Fraktion Suicide Squad. Was? Was? Ja. Ja. Ja, das sind aber Bots, oder? Ich habe keine Ahnung. Die haben eine Klammer und drei Buchstaben dabei? Ja. Ja, dann sind es Bots. Ja, okay. Das ist alles mit AIE, ist alles AI-enabled Bots. Ja, ja. Äh, Alphabots, Assimilators, Azure, Battlebots, Blackbots, Bots Incorporated, Bilders Inc. Ja, wir haben... Klangbots. Wieso? Wir haben eigentlich nur die Space Pirates und das Space Engineer Military. Ja gut, und die vier undiscovered. Drei undiscovered haben wir. Ich habe einen Badger Grinder. Oh, toll. Wir haben vier undiscovered. Ich sehe nur drei. Ich sehe vier. Okay. Space Credits. Okay. Ein Plüschtier. Warum habe ich... Habt ihr etwas mehr discovered als ich? Scheinbar. Ja, bei uns ist ja auch schon was vorbeigeflogen. Ja, aber das waren nur die Space Pirates, also... Sicher? Ja. Die Rust waren auch schon da. Nee, das waren Space Pirate Rust Freighter. Ach so, ja dann. Alles ist brrt. Da habe ich doch nicht drauf geachtet. Warum nicht? Weil ich mit Mining beschäftigt war. Warum? Im Gegensatz zu dir musste ich mich nicht irgendwo ausbuddeln. Nein, sie hat sich irgendwo reingebuddelt. Richtig. Was ist jetzt die bessere Variante? Hm. Ja. Ich brauche zwei Konnektoren. Warum lässt du mich nicht nehmen? Was bist du? Warum kriege ich den nicht? Bitte? Wo? Da fliegt mir was davon, aber der will mich nicht. Sieht aus wie ein Koffer. Oh. F ihn mal an. Ja. Hab ich schon. Und dann musst du oben rechts auf den Kopf. Ja, genau. Dann bist du im Inventar und musst auf den Inventar für interagiertes Dings. Oh no. Er ist nicht so schlimm. GPS da. Drei Kilometer. Wer ist so schön? I am here. Das klingt auch nur ein bisschen creepy. Ach, pappelapapp. Also ich bin jetzt auch wieder auf dem Weg, keine Luft mehr zu kriegen. Sterben einstellen, bitte. Ey, ich habe ein gutes Timing. Ja. Ich bin auf dem Weg, mein Loch wieder hoch. Ne, ich meine die junge Dame, die mir gerade mal wieder ins Ohr flüstert, dass mein Strom alles sei. Ah, die junge Dame. Ich laufe da hoch mit ein paar Stahlplatten, mit einer Windturbine und mit einem Survival-Kit. Wie, du baust schon was? Nein, ich laufe da hoch. Ich habe sehr steil gebohrt. Also dann ist zumindest der effektive Laufweg nicht allzu lang. Allerdings ist das steile Hochlaufen. Schwierig. Ja. Vor allem, wenn man keinen Wasserstoff hat. Das klingt irgendwie nicht so gesund bei dir. Hä, warum? Wie kommst du jetzt da drauf? Weiß auch nicht. Ich dachte, ich habe er das mal. Wenn ich jetzt grob wüsste, in welche Richtung er ist, ne? Ja, und wollen. Dann könnte ich uns ja grob in die Richtung schubsen, aber... In die Richtung von den Planeten da drüben. Ja, nur welcher? Ja, offenbar weit, weit weg. Ja, das sowieso. Ja, Pertum. Ja, aber welcher davon ist Pertum? Ach so, ihr seid so weit weg, ihr könnt nicht erkennen, welcher Planet welcher ist. Nö. Äh, naja, wir können manche erkennen, aber halt nicht alle. Oh. Schwierig. Warum ist das Survival Kit nicht mit den... ist das nicht verbunden? Doch, das sollte verbunden sein. Vielleicht bin ich auch nur zu dämlich. Und Improvised Engineering funktioniert wunderbar im All. Ich habe übrigens 7000 Space Credits bekommen. Und ein Plüschi. Nova, war das jetzt ironisch gemeint, oder? Ein bisschen. Warum? Improvised Experimentation funktioniert doch super. Ja, das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Könnte besser funktionieren. Mach den Sauerstoff-Tank nicht kaputt. Das versuche ich ja. Ja, ich sehe es. Das ist so kacke. Jetzt haben wir hier eine Map mit Jetpacks. Und was mache ich? Ich baue eine Treppe, um auf einen Windturm zu kommen. Ja. Ja, weil du keinen Wasserstoff hast. Genau, weil ich keinen Wasserstoff habe. Und dank meiner wundervollen Positionierung... Ui, ui, ui. Das war der falsche Knopf. So. Der wundervoll ist... Ich positioniere mal unser Schiff ein bisschen anders, in der Hoffnung, an den Tank anzudocken. Okay, ich gehe mal aus dem Weg. Bevor ich da eine gewisse Schiff bekomme. Ja, bitte guck, dass es nicht Boom macht. Ich habe 295 kW Strom. Yay. Cool. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Warum? Wenn du mal unter das Schiff guckst... Wo ist unten? Ah, ähm... Der ist ein bisschen im Weg. Ja, wie kommst du da drauf? Nicht spickeln! Hallo? Hi. Oh, nö. Tank angestopst. Nicht gemacht. Nicht puttmacht. Nee, nee. Nicht puttgemacht. Und nicht an dem Asteroiden hängenbleiben. Das tut weh. Äh, so langsam tatsächlich nicht. Yay. Äh, welches ist jetzt der Connector? Raus. Woppel, 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 woppel. Welches ist jetzt der richtige Connector? Da. Äh, lock. Das heißt aber jetzt, wenn ich meine... Jetzt woppelt er nicht mehr. Ist gelockt. Ich habe jetzt ein Survival-Kit. Ich habe Strom. Wenn ich jetzt meine Raffinerie und mein... Was heißt, ich kann jetzt... Assembler jetzt hier hochholen, habe ich da unten einen Notfall-Respawn-Punkt, aber ich kann oben zumindest mal anfangen, wirklich einen Survival-Start zu machen und nicht erst einen halben Kilometer zu bohren. Musst du uns das Ganze erzählen? Ja. Was ist, Nova? Ich hasse Space Engineers manchmal. Warum? Wenn Space Engineers... Space Engineers Dinge macht. Ja, genau. Du baust... Da hat es einen Fusionsblock. Ja, der ist momentan irrelevant, tatsächlich. Ich mag's. Aber nee, du hast ein Grid, das du mit einem anderen Grid verbindest und willst deine Tanks mit Stockpile auffüllen und es passiert nix. Oh no. Mhm. Das ist immer noch nicht gefixt. Nein, natürlich nicht. Why should it? Because I have this gesagt. Das hat nicht so gehört. Ich mag. Da hast du nicht deutlich genug gesprochen. Wo sind meine Raffinerien? Rick. Ich will jetzt erst mal eine Basic Refinery haben. So ist das Survival-Kit nicht gut genug? Nee, tatsächlich nicht. Das braucht... Oh, jetzt macht er den Tank leer. Space Engineers. Mann. Total toll. Sorry, dass ich darüber jetzt lachen muss, aber... Alles gut. Es ist sehr großartig. Es erinnert mich so sehr an unsere Vorbereitungen gestern. Ja. 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 Will meine Frau auch noch Ja sagen? Dann haben wir zumindest alle Ja gewartet. Jetzt haben wir das Gleiche. Ja. Und wie nennen wir die Folge? Ja. Ja. Aller Anfang ist Ja. Ja. Das sowieso. Ey. Hä? Hä? Ich versuche hier gerade rauszulaufen, aber... Laufen ist schwierig. Nein, er lässt mich nicht mehr laufen. Das ist umgeschickt. Wieso? Wann hast du schon wieder angestellt? Es ist zu steil und das ging jetzt dreimal und jetzt beim vierten Mal, wenn man versucht drüber zu laufen, fällt man runter. Ja. Ja. Dann bist du einen Voxel daneben getreten. Probierst mal einen Voxel weiter rechts. Oder links. Ja, ich weiß. Wir können richtig lieb sein. Nur deswegen hat er uns doch dabei. Nee, eigentlich hat er uns nur dabei, weil er sich verplappert hat. Ist das so? Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, nicht Ja. Keine Ahnung. Käsekuchen. Kekse. Pommestheke. Rührteig. Was? Möbelwagen. Bad. Baustelle. Lass dir das einfallen. Sei originell? Originell genug? Nee. Ich sehe das schon kommen. Irgendwann schmeißt Jan uns hier Wutentbrannt raus. Das ist doch schon lang. Was glaubst du, warum ich euch mitten im Nichts ausgesetzt habe? Weil du mich ärgern willst. Und deine Frau muss drunter leiden. Eigentlich andersrum, aber... Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht, ob das andersrum wird. Nova, du weißt noch nicht, ob was du dich einlässt. Oh, ich hab ein dickes Fell, was sowas angeht. Ja, ja. Das sagst du nachher auch noch, wenn ich den vierten... Kannst du das nochmal sagen, wenn ich irgendwann mein erstes Manscaped Sponsorship hab? Nein. Schade. Du kannst... Nova, du kannst nachher hier nicht vorwärts rausfliegen. Ja, weiß ich. Ich sehe das schon. Da ist ein ganz kleiner Voxel irgendwie davor. Ja, der will nicht. Ja, ich sehe das. Du machst das Ding. Jetzt kommt die große Frage. Lauf ich jetzt nochmal runter und hol Stahlplatten? Nein. Oder scheiße ich jetzt drauf und arbeite jetzt hier oben so lange, bis ich ein Mining-Schiff habe? Das will ich sehen. Zeig mal, wie machst du ein Häufchen da? Könnte ich tatsächlich? Echt? Mit Voxelhands geht alles. Ja. Kann ich sogar ein braunes Häufchen machen. Das wollen wir ja nicht sehen. Also ich bin dafür, dass du jetzt noch 20 Mal rauf und runter läufst, damit deine Zuschauer auch wirklich was zu sehen haben für ihr Geld. Wie ist Geld? Ja, genau für das. Ich wollte gerade sagen, die bezahlen dafür. Genau für das Geld. Also der ein oder andere gibt mir Geld. Ja, aber das ist freiwillig. Das ist vollkommen freiwillig und total bekloppt. Ich weiß noch nicht, ob das Schmerzensgeld ist oder ob das einfach nur... Das ist der Versuch, ihn dazu zu überreden, das nicht mehr zu machen. Aber es funktioniert nicht. Im Gegenteil. Richtig. Das im Gegenteil. Je mehr Geld ich bekomme, desto mehr mache ich. Ja. Übrigens, für diejenigen, die laut der Statistik noch nicht auf dieses Abonnieren oder Subscribe... Das schneide ich alles raus. Warum? Warum schneidest du das raus? Das gehört dazu, du musst Werbung machen. Jan kann sich halt einfach nicht verkaufen. Ja, und dann beschwert er sich wieder bei mir. Ja, kann ich auch nicht. Das nennt man nämlich in Deutschland Prostitution. Mi, mi, mi. Die abonnieren gar nicht. Mi, mi, mi. Die gucken uns nicht ganz an. Mi, mi, mi. Die drücken mich auf die Glocke. Mi, mi, mi. Der Bot tut nicht. Da können meine Zuschauer tatsächlich nichts dafür, wenn der Bot mal wieder zu blöd ist, Bot-Dinge zu tun. Naja. Mi, mi, mi. Ich muss das Ganze schneiden. Aber du könntest was dafür. Nein. Du verwendest diesen Bot. Äh, nein. Der Bot macht das halt. Äh, nee. Der Bot macht das eben mal nicht. Also. Ja. Ähm. Ja. Ja. Soll ich mich setzen? Ich bin tatsächlich gerade am überlegen, was wir jetzt am dümmsten machen. Keine Ahnung. Eigentlich wäre jetzt der nächste Plan sinnvollerweise irgendwie, äh, ähm, ja, in Richtung irgendeines Planeten, aber der einzige Planet, der mir einfällt, ist Mars. Weißt du, was geil ist? Da machen wir nur eine Bruchlandung. Was? Ja, ich weiß, was geil ist. Und das bist nicht du. Ich schmeiß die ganze Zeit Steine in meine Raffinerie und wundere mich, dass die Raffinerie gar nichts macht. Ja. Weil sie keinen Strom hat. Meine Windturbine bringt 295 Kilowatt. Hast du sie nicht acht Blöcke hochgestellt? Nein. Weil ich nicht genug Material hatte. Also, weil ich doch genug Material hatte, aber das ist ja nur, die steht nur vier Blöcke hoch. Nein, aber 295 kW reichen wofür nicht? Eine Raffinerie. Ja. Aber das hätte ich dir sagen können. Warum hast du dann... Weil du nicht gefragt hast. Du hast dich gefragt. Das musst du wissen. Nee. Müssen tue ich erstmal gar nichts. Wir müssen ja nicht, was du tust. Jetzt wird das wissen. Ich mach jetzt eine Windturbine nochmal. Die ist zwar ultra ineffizient, aber solange ich keinen Wasserstoff hab, tue ich mir das jetzt nicht an. Ja, verstehe ich. Ich hoffe nur, dass ich genug Material hab. Ach nee. Ich kann einfach nur nicht zählen. No. Basic ist einfach. Ach, du bist auch so. Äh, manchmal... Warum willst du das im Survival Kit produzieren? Bist du betrunken? Weil du nicht gesagt hast, wo es machen soll? Nein. Alles, was ich in Auftrag geben will, will er im Survival Kit produzieren. Ja, der hat dich halt gern. Das ist übrigens der Grund, warum ich deine Small Grid Challenge abgebrochen hab. Warum? Weil er alles, was ich produzieren will, im Survival Kit produzieren will, obwohl Assembler da sind. Ja, ich kann dem Basic Assembler nichts in Auftrag geben. Äh... Ich kann es nur im Survival Kit in Auftrag geben. Das ist ungesund. Ich muss es dann manuell machen. Okay, bei uns funktioniert's. Was soll denn die Scheiße? Das hatte ich auch noch nie. Dann mach ich das Survival Kit aus. V-Components could not be put into production. Ähm... Ist der Block zufällig nicht powered? Ausgeschaltet? Oder sonstiges? Die Raffinerie hat versucht, was zu machen. Ja. Und hat somit den ganzen Strom verbraucht, ohne dass sie was gemacht hat. Ah. Ja. Ähm... Wo, Logik? Äh, irgendwo, aber nicht hier. Space Engineers. Ja. Space Engineers. Und ich sehe, du meinst aus Langeweile. Ja. Ja. Ähm... Ja. Ich würde dir ja einen Sitz anbieten, aber wir haben leider nur einen. Und das ist der Kontrollsitz. Dann bauen wir einen zweiten? Ja... Platz haben. Ihr habt ein Schiff, als ob ihr keinen Platz für einen Sitz habt. Ja, richtig. Um zu sagen, eher so gar keinen? Also, außer ich setze deine Frau an die frische Luft. Also ohne Luft. Nee, dann setze ich mich tatsächlich lieber ins Bett. Ja. Jetzt deine Frau an die frische Luft. Ja. Ohne Luft. Okay. Ähm... Achso. Ja, natürlich. Was? Wenn man die Luftschleuse auflässt, ist klar, dass der das Schiff nicht mit Druck füllen kann. Du bist mir auch so Druck. Wieso ist die Batterie aus? Wer macht denn so Farce? Weil du sie nicht eingeschalten hast. Die ist an, aber die ist leer. Oh. Nicht gesund. Nee. An aber leer oder an und kaputt? Nein. An aber leer. Ich habe sie gerade repariert. Das klingt nach einem Du-Problem. Ja, ich weiß. Bei dir klingt alles immer nach einem Du-Problem. Ja, außer das ist dein Problem. Dann ist auf einmal kein Du-Problem mehr. Dann ist es immer mein Problem. Ja, ist immer das Gleiche. Ja, richtig. Was? Da ich nicht sehe, wo Pertam ist, und ich vermute, dass der von hier aus auf... Pertam? ...der sich angeblich aufhält, würde ich sagen, wir versuchen mal, um den Mars um zuzukommen. Irgendwie. Also, hüpfen wir von Asteroid zu Asteroid. Pertam. Nicht Pertram. Ja, doch. Auch Pertram. Klingt viel schöner. Seht ihr? Seht ihr, mit was ich mich rumschlagen muss? Das darf ich nicht laut aussprechen. Was? Wir suchen Jan auf Pertram. Ja. Vor allem auf. Das klingt so schön falsch. Tja. So schön richtig falsch. Wir treiben mit 22 Meter pro Sekunde durchs All. Yay. Meter pro Sekunde? Ja, genau. Meter. Was macht ihr beim Unternehmen von Facebook? Es benutzen, um durchs All zu treiben. Was? Hat wähl. Genau. Und hat nochmal ein wähl? Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch... Hat noch ein wähl? Nur noch? Wen wählst du? Was wählst du? Fö. Also wenn du dich mal dumm fühlen solltest, Truhtähne schauen manchmal zu lange nach oben, wenn es regnet und ertrinken dann. Was? Was? Wie? Warum? Sie können das halt. Oder so. Nein, meine viel größere Frage wäre jetzt, wie kommst du jetzt da drauf? Instagram. Ah. Ich liege im Bett, was soll ich denn sonst tun? Du sollst nicht im Bett liegen, du sollst an deinem PC sitzen. Ja, nee, ich sitze am PC. Das ist aber auch ein Thema. Ich liege im Bett. Ich habe ja keinen Stuhl. Ach stimmt, ihr seid arme Schweine, ihr habt nicht mal Stühle. Ja, wir haben keinen Platz für Stühle. Was sagt der dazu, wenn ich Strom für eine Raffinerie habe? Ich habe mittlerweile Strom für eine Raffinerie, ich will gar nichts hören. Aha. Wie lange geht es, bis dich das erste Mal richtig auf die Schnauze leckt? Mit was? Mit allem. Hey, wir haben 15 Container an Bord. Ja, tatsächlich. Jede Menge kleine Container. Okay. Viele, viele Containers. Ja, und ein Haufen davon ist nicht richtig verbunden. Leer sind sie sowieso fast alle. Ja. Wenn ich richtig sehe, ist das ein Eis-Asteroid. Aber ihr habt zumindest... Ja, aber Eis bräuchten wir doch, das ist gut. Ja, dann hätten wir unser Stromproblem auf jeden Fall längerfristig gelöst. Ja, gut. Halt da an. Ja, das ist der Plan. Aber ich glaube, wir haben keinen funktionsfähigen Arztdetektor da, oder? Doch, doch. Den habe ich repariert. Ich habe ein Cockpit. Ein Cap-Cockpit. Und einen mittleren Cargo-Container. Und noch keine Batterie. Gibt nicht an mit Dingen, die du noch nicht hast. Das ist noch nicht ins All geschafft. Aber er hat sich auch noch nicht umgebracht. Wie? Noch. Lieber Nova, sollte ich es denn jetzt schon ins All schaffen? Ja. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die brauchen keine 20 Minuten, um ins All zu kommen. Projektor? Ja, wir haben noch nicht mal zwei gebraucht. Also auf Pertum ist es tatsächlich mit dem Cargo, also mit dem Survival-Pod möglich, innerhalb von weniger als zehn Minuten ins All zu gehen. Ja. Du hast aber auch noch keinen Klang-Bot geärgert. Wir sind übrigens schon sieben Kilometer gefahren. Ja. Ich wollte gerade mal wieder bei meiner Frau spicken. Und was sehe ich? Nix. Einen schwarzen Bildschirm. Ja. Weil ihr nicht mal euch ein Licht leisten könnt. Das ist nicht wahr. Wollen. Nicht können. Wir wollen nicht. Wir können schon. Außerdem muss es ja für dich auch spannend bleiben. Ja. Du wolltest ja keine Aufnahme. Ja. Wie viel Eis haben wir jetzt? Ja, ist ein bisschen was. Ich will auch Eis. Ja. Haben wir noch irgendeinen Gefrierschrank. Ja. Ich habe mal den Wasserstoffmotor angeschmissen. Jo. Dass die zweite Batterienbüschung mitgeladen wird. Jo. So. Ähm. Willst du nicht nochmal einen Container voll machen? Ja, kann ich eigentlich machen. Also ist es ja nicht... Weil wir brauchen tun wir es ja. Ja, eben. Okay. Ich muss aus dem Sand raus zum Bully. Schön. Das unbekannte Signal ist neun Kilometer in der anderen Richtung. Oh, toll. Ja. Ich würde ja sagen, wir springen eben hin. Aber wir haben noch keinen Sprungantrieb. Hüpf, hüpf. Bling, bling. Ihr habt... Was habt ihr nochmal? Keinen Sprungantrieb. Ja. Ich meine insgesamt, was ihr denn eigentlich habt. Ja, offensichtlich nicht viel. Viel Raum. Um und zum Zug. Ja. Ja. Hab ich auch. Bisher nicht viele rote Marker. Äh. Tatsächlich. Ich hab so das dumme Gefühl, das wird sich aber bald ändern. Psst. Wär ich mir gar nicht so sicher. Ja, doch. Und zack. Da ist... Siehste? Da ist schon das Erste. Was war's für eins? Space Pirate Mining Transport. Ja, komm. Der Mining Transport wird nur gefährlich, wenn du direkt auf ihn drauf fliegst. Äh... Nee. Ja, wir haben noch ein paar Kilometer Abstand. Ja. Der ist auch aus ein paar anderen Richtungen ziemlich gefährlich. Oh. Weil das ist das hässliche Ding, das, äh, einen Haufen Türme hat. Mit dem möchte ich jetzt trotzdem nicht kuscheln. Nee. Aber ich, ich muss ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Weil da ist ein Asteroiden Cluster. Sag mir nicht, das ist das Cluster, in dem wir gestartet sind. Das könnte gut sein. Habt ihr die rückwärts geflogen? Nee, aber es kann sein, dass ich jetzt rückwärts fliege. Wir entfernen uns noch weiter von dem. Ah, okay. Ich hab den nämlich nicht... Ich hab da nämlich kein GPS gesetzt. Wow. Ja, ich kann das ganz toll. Ich mag's. Ganz super. Nee, aber GPS überall setzt, ist ja langweilig. Weißt du, was ich schön finde? Hm? Hm? Ausnahmsweise, wenn's mal nicht ich, der ermahnt wird. Ich ermahne dich dann morgen wieder. Ja. Morgen bin ich nicht da. Sorry, bin in den Arbeiten. Das ist ja nicht richtig. Äh, Nova? Ja? Halte Abstand. Ja. Ja? Ja. Da ist noch genug Luft. Genau das meinte ich. Und du machst dir Sorgen, dass deine Frau mich stressen könnte? Ja? Ich hab noch gar nicht angefangen. Ja. Äh, du, der ist bewusst, unter 1,5 ist nicht gesund. Das ist, bei den Space Pirates ist das egal. Tatsächlich. Außer bei den Pirate Raidern, da würde ich's nicht machen. Äh. Ja, das ist ein Military Escort. Ja, der ist noch weit genug weg. Ähm. Ja, solange wir nicht unter 800 Meter kommen, ist alles gut. Ich würd's dir lachen, wenn man sich jetzt gleich wieder hin und euch jagt. Ja, das wäre schon ein bisschen witzig. Guck, wir entfernen uns wieder. Aha. Wir sind nicht mal unter 1 Kilometer entfernt gewesen. Also von daher. Na? Da sind wir nur 1 Kilometer geblieben. Weil 1 Zentimeter noch gefehlt hat. Egal, über 1 Kilometer ist über 1 Kilometer. Außerhalb der Waffenreichweite ist, äh, funktioniert für mich wunderbar. Apropos Waffenreichweite, wie viel Ammo haben wir? Ähm, so viel Sand, wie Jan in seinem Startpunkt hat. Also gar nichts. Das ist wahrscheinlich viel. Ja. Das Erste, was wir jetzt finden müssen, ist aber Magnesium. Äh, Kobalt. Damit wir mehr Triebwerke zum Laufen kriegen. Weil sonst, ähm, ist mit Flüchten auch nix. Dann hilft uns Magnesium auch nicht. Weil dieses Schiff, ähm, wir haben genau 4 Interior Turrets. Ja. Ihr seid mindestens 4 Mal so schwer bewaffnet, wie ich. Nein, wir sind 4 Mal besser bewaffnet. Wir sind übrigens inzwischen von unserem Startpunkt 12,5 Kilometer entfernt. Ich bin von meinem Startpunkt 496 Meter entfernt. Hey, sei froh, das sind keine 5 Kilometer. Das ist erschreckend warm. Überleg dir mal, das müsstest du laufen. Immer und immer wieder. Bin ich gelaufen. Und ich muss da noch ein paar Mal runter. Ja, aber... Ich meinte die 4 Kilometer. Eben. Na, lauf mal 4 oder 5 Kilometer. Immer und immer und immer und immer wieder. Also in eine Richtung wohlgemehr. Ja. Stupide. In eine Richtung. Selber blöd. Habe ich genug Eisen für eine Small Grid Batterie? Tut mal da rüber. Ja, habe ich. Was soll ich vorüber drücken? Nein, meine Frau meinte mich, da liegt ein Hund. Ja. Sie hat nach 3 Jahren erfahren, dass wir einen Hund haben. Das stimmt gar nicht. Ich war heute schon mit dem Laufen. Und gestern, vor gestern. Ich wollte gerade sagen, vor gestern war sie Laufen mit dem Hund raus. Gestern nicht. Doch, natürlich. Gestern war ich. Gestern Abend, die kleine Runde. Nee, okay. Ich war mit dem Laufen. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Stunde war. Ich sagte nur, dass ich mit dem draußen war. War ich auch, jeden Tag. Das sieht nach Magnesium aus. Außerhalb von unserem Garten. Dann nicht jeden Tag. Ja, magst du was? Kein Magnesium? Äh, doch. Ich glaube, Magnesium und Eisen finden wir hier. Also Eisen sehe ich definitiv. Dann halt doch mal die Bohre rein. Ja, habe ich vor. Aber ich möchte noch ein bisschen weiter... Was? Normalerweise baue ich meine Mining-Schiffe so, dass ich sie mit 100 Metern pro Sekunde auf ein Erzvorkommen fallen lassen kann. Normalerweise startest du nicht mit einem Trümmerhaufen irgendwo im All. Hat sie recht. Ich merke schon, ich brauche dasselbe für dich, wie ich für Jan brauche. Was? Ein Schild mit Sarkasmus drauf. Man schmeißt Mining-Schiffe nicht auf Erzvorkommen. Nicht? Es ist halt, man will die Mining-Schiffe loswerden, aber... Ach nein, stimmt. Mining-Schiffe schmeißt man gegen Hauswände. Hauswände, wenn man versucht, Blöcke zu platzieren. Ja, genau. Nein, nein, nein. Das war nicht die Hauswand, die ich getroffen habe. Nicht? Das war nicht die Hauswand, nein. Dann hat es noch mal Eis. Ja, aber Eis wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Eis, 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 n. Eis, n, ja. Ja. Aber wir haben von beidem mehr als unser Partner da drüben in Crime oder so. Seid ihr euch da sicher? Ja. In Summe habe ich da unten locker 100 Stahlblöcke. Klöckwunsch. Wow. In Summe müsstest du da dazu runterlaufen. In Summe bist du nicht flugfähig. Korrekt. Aber weißt du, was ich im Gegensatz zu euch bin? Am Arsch. Der Heide. Das auch, ja. Ich bin fahrfähig. Ja, wir brauchen nicht fahrfähig sein. Wir fliegen. Leicht flugfähig. Und ich habe gleich einen Arztdetektor. Ja, haben wir auch schon lange. Echt? Guck mit dem. Ja. Sogar einen großen. Also einen Large Grid. Das brauche ich nicht. Ich bin auf dem Planeten. Äh. Aber. Ja. Ich habe ein Fahrzeug, das ich selbst designt und gebaut habe. Und wie lange geht es, bis du dich überschlägst? Das dauert nicht lange. Hast du Licht? Hast du einen... Nein, habe ich noch kein Material für. Aber wenn ich die Radleistung... Das hast du auch gemacht, dass du auch deine Base wieder findest. Wenn ich die Radleistung jetzt nicht von 60% runterdrehe, dann ist beim nächsten Mal Gas geben, der Connector kaputt. Weil er ein Männchen macht beim Gas geben. Toll. Really? Er wiegt 5 Tonnen, also. Also mit Magnesium ist hier nichts. Es ist alles Eis. Das Blaue. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hast du es schon wieder kaputt gemacht? Nein, ich habe mich gerade zweimal überschlagen und ich bin auf den Rädern aufgekommen. Ah. Weil mir gerade auffällt, ich habe kein Gerüskopf. Natürlich nicht. Ja, solange du es nicht so machst wie mit unserem Scout Rover gestern. Der ist in einem perfekten Top-Zustand. Ja, jetzt wieder. Nachdem du ihn geschrottet oder fast geschrottet hast. Ihr Lieben, schreibt mal in die Kommentare, wer das Ganze gesehen hat, wie der gestern bei uns war. Nee, das hat leider keiner gesehen. Das war außerhalb vom Stream, das war beim Vorbereiten. Jetzt wollte ich wissen, wer den Stream geguckt hat. Ja, das war aber leider nicht in dem Stream. Ja, ich habe es rausgehört. Nichts haben wir euch machen lassen. Doch, eigentlich kann man uns, wir sind zusammen sogar ziemlich effektiv. Ja. Erschreckend effektiv. Ja. Ah, dann bin ich die Baustelle hier. Gut. Nee, nee, nee. Das hat keiner gesagt. Aber ich habe es gerade festgestellt. Ich? Wann darf ich fliegen? Wenn wir ein zweites Schiff haben. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe ein Atmo-Triebwerk gefunden. Und das ist abflexend. Ja. Unknown Signal. Ich wollte gerade flexen und jetzt habe ich den Ohrdetektor auf dem... Was? Nicht fragen. Einfach nicht fragen. Nee, nee, wir fragen nicht mehr. Nee. Wir wissen, dass es bei dir verloren ist. Gib mir das Triebwerk. Weil der Witz ist, von dem Triebwerk will ich eigentlich gar nicht das Triebwerk. Sondern nur die Metallgitter. Nee, das große Stahlrohr, dass ich noch ein Gyroskop auf meinen Rover machen kann. Oder das, ja. Ich sagte ja jetzt nicht, dass wir zwei große Gyroskope haben. Ihr habt ja auch... Bei Ladschritt-Gyroskope. Ihr habt ja auch einen fetten Sack. Wir fliegen da an dem Mayday vorbei. An welchem Mayday? Sechs Kilometer von uns. Sehe ich nicht. Nach unten. Jetzt ist es weg. Ah, okay. Wieder dieses Tolle, was wir gestern schon hatten. Ja, tatsächlich. Aber wieso sieht es meine Frau und du nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Weil ich im Bett liege und er nicht. Nee, äh... Die Synchronisation von Antennensignalen ist bei Nova irgendwie scheiße. Ja. Aber nur bei Nova, wenn ich's hoste. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hab so eine Vermutung. Ab 5.500 Stunden sagt das Spiel, Antennensignale brauchst du nicht mehr sehen. Du bist erfahren genug. Sieh zu, wie du klarkommst. Gut, dass ich nur ein Zehntel hab. Gut, dass ich nur die... Hälfte? ...unter die Hälfte hab. Ja. Ihr habt noch schon Frist. Irgendwann sagt er nicht Welpenschutz. Ich bin zu fett für Welpe. Vergiss es. Es gibt keinen Welpenschutz. Also nebenbei, es gibt unter Hunden keinen Welpenschutz. Das ist richtig. Vielleicht nicht unter Hunden, aber unter Menschen. Ja, ich schütze Welpen. Ja, nee, offensichtlich nicht. Warum? Da kann ich nichts dafür. Ich kann nicht jeden retten. Ja, nee, da drüben ist der Zug schon lange abgefahren. Richtig. Oh, wieder Eisen. Toll. Ja gut, dann wissen wir zumindest, dass es das hier hat. Würden wir tauschen. Ja, das hilft nur leider nicht wirklich. Wir brauchen eigentlich Kobalt oder Magnesium. Magnesium. Das wäre mir Kobalt zuerst. Ähm, ja. Nein. Nerf. Ah, das ist ja wieder gemacht. Ja, genau. Hier. Noch nix. Ich hab noch nix gemacht. Noch nix. Ja. Beton liegt auf noch. Aber dieses Hin- und Hergefliege zwischen den Asteroiden, das ist, ähm, ein bisschen älter. Lässt nicht mit einem Schiff, das beschleunigt wie eine Butterbrezel. Nämlich gar nicht von selber. Beschleunigt wie eine Butterbrezel. Ja. Den muss ich über... Oh, ich sehe Mayday in 22 Kilometern. Wie war das? Einer von uns beiden ist klüger als du. Ja. Na. Jetzt ist weg. Lässt. Ah. Autsch. Aber Jan, du hast in der Schule auch nur während der Pausen aufgepasst, oder? Als das Schlimme ist, ich weiß, dass es sogar noch stimmt. Ich hab das auch schon oft genug festgestellt. Hä? Und ich war noch nicht mal mit in seiner Klasse. Äh. Warum sollte das stimmen? Ich hab ne ziemlich gute Schulbildung, also bitte. Ach stimmt, du warst nicht dumm, du warst nur faul. Richtig. Hallo, mit euch zwei Gestierten brauche ich mich ja nicht unterhalten. Ne, ne, ne. Noah hat noch nicht fertig gestiert. Erzählt es nicht. Ich wollte grad sagen, ich bin noch dabei. Also, was heißt noch dabei? Ich hab gerade angefangen. Er übt mal im Stirn an der Unität. Ja, genau. Stirn an der Unität. Und wie viel Silvester willst du machen? Äh, nach Möglichkeit nicht mehr als sieben. Sieben Silvester? Ja, das ist tatsächlich das Minimum für meinen Studiengang, wenn ich mir das Praxissemester nicht anerkennen lasse durch meine Berufserfahrung. 14 Jahre. Was? Ja. Ja, sieben Silvester. Sieben Silvester sind 14 Jahre. Silvester? Ah. Ich hab Seemester verstanden, nicht Silvester. Ah, ja okay, nein, nein. Ja, aber dann wären es ja trotzdem nur sieben und nicht 14 Jahre. Ja, natürlich sind es 14. Wenn man stiert an der Unität, dann ist das mindestens das Doppelte. Ja. Aua. Ne, ich hab, wie gesagt, sieben, äh, ja, weiß ich nicht. Voraussichtlich. Ja. Wir haben spaßige Halbjahre. Ja. Also im Grunde ist es auch nur eine normale Ausbildung und du bist danach nicht wertvoller, als ich das bin. Für den Arbeitsmarkt leider schon. Äh. Total dämlich ist, weil, nur weil ich dann einen entsprechenden Abschluss habe, verdiene ich mal eben, äh, ja, weiß ich nicht wie viel im Jahr mehr als andere. Oder das ist, äh, ja, aber du verdienst. Ja, aber du verdienst nur, wenn du die Stelle auch hast. Wenn du deswegen Hauspost austrägst, wirst du deswegen nicht mehr verdienen. Ja gut, das ist richtig. Aber ich, äh, 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 bin jetzt davon ausgegangen, dass man dann so eine Stelle hat. Ähm, ähm, also ich sag mal, in der IT ist die Chance sehr hoch, dass du eine Stelle kriegst. weil es gibt viel zu wenig IT-Leute für viel zu viele Stellen. Ja, und das Problem ist, dass in der IT sich innerhalb von einem Jahr so wahnsinnig viel tut. Ja, wer da nicht am Ball bleibt, hat Pech. Ja, deswegen ist Elternzeit nehmen da nicht unbedingt eine sinnvolle Idee. Zumindest nicht, wenn Elternzeit sich über mehrere Jahre erstrecken soll. Ich habe fucking Kobalt gefunden. Arsch. Schick mal eine Rakete vorbei. Ich habe keinen Zielkoordinaten. Nein, Jan soll uns eine Rakete schicken. Nova, du hast mir keinen Wasserstoff geschickt. Das heißt, ich kann keine Rakete schicken, weil ich keinen Treibstoff habe. Wenn du dann, neben uns ist ein Asteroid, das hast du registriert. Neben uns? Ja. Sag jetzt bloß, die Asteroiden synchronisieren es auch nicht. Also der nächste Asteroid ist meilenweit weg. Ja, möglich. In jede Richtung. Echt? Ja. Wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke, nicht? Hä? Ja. Äh, what? Was? What? You discovered Space Engineers Military Service. Okay. Ein MILT Truck. Oh. Ja. Der sich auf mich zubewegt. Das gefällt mir nicht. Naja, du musstest ja unbedingt an die Oberfläche. Was er nicht denn sonst machen soll. Unten bleiben. Ja. Auf Rettung warten. Das wäre lustig. Dann hättest du mir sagen können, welche Farbe das Grau hat. Ist es eher ein bläuliches Grau, ein rötliches Grau, ein rötliches Grau. Ein fräuliches Grau. Ein rötliches Grau. Jetzt stell dir eine Videoserie auf YouTube vor. In der ich 134 Folgen lang in einem Loch sitze und auf euch warte und man euch die ganze Zeit beim Quatschen zuhört. Ja, Podcast. 100 Millionen Views. Instant. Nein. Ich enttäusche dich ungern, aber nein. Ach, du hast noch keine Ahnung. Welcome to the VPI Broadcast. Ja. Der ist ganz VIP. Oh boy. Oh boy, das ist nicht gut. Kommt der noch dichter? 1,9 Kilometer. Oh. Ja. Jan, schmeiß mit Steinen, davon hast du so viele. Davon habe ich tatsächlich viele. 1,76 Kilometer. In die Richtung von meinem Loch. Natürlich in die Richtung von deinem Loch. Wohin sonst? 1,68. Naja, wenn das Ding in dein Loch crashen sollte, kannst du es von unten auseinander nehmen. Nein, mein Loch ist 6 Kilometer von hier. So, ich fahre jetzt dem Truck tatsächlich entgegen, aber da ist ein Balk zwischen uns. Ja, toll. Also ein Hügel. Noch nicht mal Instant Action. Oh boy. Äh, nein, ich fahre nicht auf den Truck zu. Ich habe gerade über den Hügel gespiegelt und der Truck ist, ähm, äh. Military? Ne, ne. Äh, nur wahr. Das Bison. Ja. Ähm, ohne den, den, also mit den Minern drauf, so von den Außenmaßen. Oh. Äh, ja. Oh. Was ist denn das für ein Zeug davon, ne? Äh, ich glaube, das ist Uran. Sollen wir da ein Bohrer mal kurz reinhalten? Ja. So ein bisschen. Hatte ich tatsächlich gedacht, ja. So ein Streif. Ja, Uran kann man nie zu viel haben. Das kann man tatsächlich nicht. Wir können es zwar noch nicht verarbeiten, weil wir noch keine große Raffinerie haben, weil uns Kobalt für Metallgitter fehlt. Das ist immer irgendwie das, was ich im, äh, All ständig suche. Ne, ist Silizium. Äh. Nerv. Naja. Egal. Okay. Auch Silizium brauchen wir. Das Ding kommt über die Kuppel. Ich werde jetzt abhauen, aber dann würde ich mal sagen, dann bedanken wir uns mal für die erste Folge fürs Zusehen. Und das steht nach dem Plan. Und dann... Doba versucht nichts kaputt zu machen und ich, äh, lege mich wieder ins Bett. Und ich versuche hier drüber zu spiegeln. Alter, ist das Ding riesig. Ja. Jan, das klingt nach einem Du-Problem. Ich hoffe, dass ich das Ding so durch die Belge flüchten kann, dass es umfällt. Vor allem klingt es nach einem Problem für die nächste Folge. Das klingt nach einem Problem für die nächste Folge. Also, dann bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst hören, was ihr wissen wollt. Und wenn ihr nichts wissen wollt, ja, dann habt ihr Pech gehabt. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Und tschüss. Ciao, Kakao. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja. Tö, mit ö. Tschüsschen mit Küsschen. In a while, Kängu. Ah. cho condition. inn. Ach. 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 Ach.